Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Wolfgang Stark muss offenbar als Videoassistent mit Konsequenzen rechnen Nach seinem umstrittenen Auftritt beim Spiel der Fußball-Bundesliga am Wochenende zwischen dem VfL Wolfsburg und Schalten 04, 2 zu 1, deutete Jochen Drees, Chef der Videoschiedsrichter, an, dass Stark eine Auszeit drohe Es ist wie in einer Fußballmannschaft, wenn ein Spieler eine schlechte Phase hat, nimmt er weiter im Trainingsbetrieb teil und kann sich durch Leistung anbieten Wenn die irgendwann stimmt, steht er auch wieder in der Startelf, sagte Drees der Bild-Zeitung Stark war bei den strittigen Entscheidungen in Wolfsburg nach eigenem Bekunden allerdings nur beratend aktiv Er habe den Schiedsrichter nicht zu einer Korrektur gezwungen, sagte der 48-Jährige nach dem Spiel Schalkes Matija Nastasic hatte zunächst die gelbe Karte gesehen, dann rot Später zeigte Schiedsrichter Patrick Etrich-Wolfsburgs Woutbeckhorst erst die rote Karte, danach doch die gelbe Beide Male war der Videobeweis zum Einsatz gekommen. Ich mag Wolfgang als Menschen und Typen sehr Es gibt nun mal Leute, die haben ihre Stärken als Schiedsrichter auf dem Platz, andere sind bessere Videoassistenten, sagte Drees Stark war als Unparteiischer auf dem Feld in der Bundesliga 20 Jahre aktiv und wurde zweimal DFB-Schiedsrichter des Jahres von dort von dort von dort von dort von dort Vielen Dank.